herzlich willkommen zurück wieder zu der die band mit seinem katze meine wenigkeit und die wird es wahrscheinlich schon mitbekommen haben die das spiel also die das mini projekt was hier gerade starte verfolgt haben das ich mache das ich habe leider nicht ich habe leider nicht mehr so viel zeit deswegen nehme ich jetzt mal das okay das ist nicht okay diesmal sind wir auf der anderen seite von der letzten vom letzten part von den letzten abschnitt mal kurz mal was schreiben brain pussy destroyer stoppen okay wir sind schon mittendrin schockiert die falsche drinnen man beziehungsweise den falschen drinnen sind müssen die stoppen leute da müssen die stoppen die fotze Zumindest hab ich schon noch ihn gekillt. Abliefern. Was? Oh, der scheiß Sniper dort oben. Blöder Hu. Traurig, er wird ja nicht mal versucht, mal irgendwas zu reißen. Sie haben den Objektiven. WAH! WAH! HOLY SHIT! Ahem. Heilige Scheiße. Okay, das nenne ich mal überrannt. Das war aber... Hu hu. Okay, ich würd sagen, die Mine hab Scheiße gesetzt. Objektive Ressent. So, da waren eben jeder, wa? Wenn du den roten willst, musst du es dir selbst machen. Hehehehe. 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 Mine deployed. Scheiße. Was ist denn... Oh! Fick doch den Highlander drauf. So, ab geht's. Abliefern, abliefern, abliefern. Wir müssen töten, töten, töten. Oh, ich würd sagen, das war... Was war das denn? Oh, ich würd schon wieder weg ist, ne? Von der anderen Straßenseite. Das ist doch... Ah, das ist doch belastend. Ah, das ist doch belastend. Ah, das ist doch belastend. Toktion hin. Auf der anderen Seite. Die banda haben das800 laste. Sehr gut. Na, versuch was wert. Versuch was wert. Hoch oben und dreifach Tötung. Verdienende Abzeichen. Mal gucken, ob wir noch eine Vierfachttötung kriegen. Das wäre bestimmt auch kein Problem. Wenn ich überall mir hinsetze, die Luft rein. So. 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 Ah! Oh, die sind bei Muni. Oh, voll. Ich liebe diese Karte! EV ist verabschiedet! Habe es damit! E.V. zu reparieren! Der E.V. ist halbwegs da! Ohhhh, da hat er aber gegeben! Okay, nah bei mir, das brauchen wir denn. Ohhhh, ich renne schon wieder falsch, ich geh'n kotzen! Ohhhh, fuck! Okay, ich glaub, die Runde ist am Arsch. Ich wohne jetzt wirklich am Arsch. Was?! Ohhhh, dieser Bastard da oben! Zum Kotzen, der Typ! Halt den Bissermal! Scheiße, ich kann da nicht rein! Hä, da stand bewachen! Ahhhh, das war die Scheiß! Ahhhh, fuck! Ich weiss, was das war! Ich Idiot! Das war die Medizin! Ich hätte versucht, mich vielleicht nicht so leicht zu sterben, ja? Ohhhh, Alter! da fuhr jemand plattgemacht mit meiner mine ich habe diesen verfickten sniper das ist der wahnsinn der die Das ist ein bisschen schmied, bittesch. Oh, oh, oh. Nein, ich habe mich selber in die Luft gejagt, ich ist Idiot. Oh, scheiße. Oh, das war so... Oh, die standen alle so schön drin. Kacke, es haben die zwei Sniper. Oh, der ist Gold. Der Pussy Destroyer. Oh, der Name ist mega. Der Pussy Destroyer ist mega. Der Name ist fetzt, wieso? Oh, der Pussy Destroyer. Oh, das war die Scheiße. Sorry! Oh, das war die Scheiße. Okay, es ist in die Station. Also, ich kann hier ewig campen, mein Freund. Alter! Dieser Bastard. Hilf mir mal, Bitch. Kurz heilen. Ich hab die Ladung nicht mehr. Alter! Ich hab die Ladung nicht mehr. Alter Scheiße! Alter, zwei Heal Stationen sind gesetzt. Fuck. Ja gut, ich würde sagen, das war doch... Killer Serie beendet. Nice. Cooles Abzeichen. Gefällt mir. Magisch. So. Ich wollte gerade beenden. So, drin. Komischerweise habe ich wieder eine Kiste gekriegt. Glaub ich zumindest. Ne, oder? Doch, doch hier. Ja, 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 ja. Schade. Schade. So ein Scharfschutz. Machtplatz... Platzierbare der Feinde. Wie zum Beispiel Proxy, Min und besser sichtbar. Okay. Nicht schlecht. Ah. Kann ich leider auch noch öffnen. Das wäre dann... Ne, der hier wäre das. Ne, der ist es nicht. Der hier wäre das. Kostet nur 30.000? Und... Schluck, dann habe ich eine Mission, ne? Das wäre der nächste, den Stein... Den Stein nimmt. Dann nehme ich den raus. Die lasse ich schon mal drin. Wohl Luftrangriff, hochschön, der da reinhaut. Ah. Schade. Ne, schonmal dann den und nimm den, nimm den da raus. Ah, das wird geil. da freue ich mich gut da soll ich das mal das gewesen sind wir die bombe ich habe jetzt fünf folgen aufgenommen auf reserve bla 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 verdiene die jetzt kein problem wenn sie sind zwei beginnt kann schon leider nicht mitmachen ich bin nicht level 7 aber in dem sinne wünsche euch noch einen tag haut rein der macht sinnvolles bild zunächst mal bei der die bombe wie gesagt fünf folgen jetzt aufgenommen mal gucken ich werde wahrscheinlich aber wie mäßig noch so also für mich privat zu weiterspielen um noch ein paar andere charitäre freizuschalten vielleicht den den botsch dem modus wester stopwatch modus freizuschalten wahrscheinlich noch bringt da können wir noch ein paar mal gucken wie es der verhält kann ein paar ranks noch machen also ihr wisst doch die tabelle aufsteigen sind nicht unsere spezialitäten in dem sinne wünschen tag haut rein leute macht ihr sinnvolles bis zum nächsten mal bei der die bombe mit samt zu meiner wenigkeit und den sinne auch den sinnvolles